Hallihallo und herzlich willkommen wieder zurück zum 2D Tutorial und ja, es wurde schon angesprochen. Ich habe euch bisher einen Weg gezeigt, wie man relativ einfach von dem ganzen 3D und ähnlichen auf 2D umsteigen kann. Es wurde natürlich jetzt auch schon angesprochen, ich könnte ja Tilemaps und ähnliches verwenden und das wäre ja viel einfacher. Aber ich wollte erst mal zeigen, wie man relativ einfach, wenn man halt im dreidimensionalen Raum vorher gearbeitet hat, einfach in den zweidimensionalen Raum reinkommt. Und jetzt wird es natürlich spezifischer für den zweidimensionalen Raum, was man da so machen kann und so weiter. Denn das, was ich bisher gemacht habe mit diesem, ja, Gras und Erde und so, das ist nicht die feine englische Art, wie man es so sagen würde. Denn es gibt eine wesentlich bessere und einfachere Art, das zu machen. Ihr kennt das wahrscheinlich zum Beispiel aus dem Spiel, welches fällt mir da gerade ein, Pokémon. Da kennt ihr das ja, dass eigentlich so alles, also die gesamte Welt ist aus solchen Vierecken aufgebaut. Genauso wie bei Zelda zum Beispiel. Da hat man immer so ein ganz leichtes Grid, was man halt sehen kann. Also ein Gitter, was halt über die ganze Welt gelegt ist. Und in jedes kleine Viereck ist dann halt so ein Landschaftselement eingebaut. Und im Prinzip genau das können wir auch hier nutzen und vor allen Dingen ziemlich einfach machen. Wir werden jetzt erst mal das hier einfach löschen und gehen hier auf Objects, 2D, Tilemap. Da wird erst mal ein Grid erstellt. Das Grid, das ist wie, ja, eigentlich fast wie ein Canvas, könnte man sich das vorstellen. Und dann gibt es halt diese Tilemaps. Die haben den Tilemap-Teil und den Tilemap-Renderer. Das ist halt so, wie es aufgebaut ist. Und jetzt können wir dort relativ einfach Elemente einfügen, die sich dann hier an dieses Grid anpassen. Dafür müssen wir die natürlich erst mal erstellen. Das ist das Problem bei der ganzen Sache. Also wenn wir jetzt hier mal auf 100 zu 100 gehen, einfach hier so ein kleines Stückchen setzen. Und dort nehmen wir natürlich erst mal einfach Farbe. Ich glaube, wir nehmen was Helleres. So. Und füllen das einfach mal hier mit dieser Farbe. Ziemlich easy. Und deswegen werden wir das auch gleich so exportieren. Exportieren. Ja, ja, ich habe jetzt ein paar Sachen noch hier offen und so weiter. Aber das ist auch egal. Tilemaps. So. Und dort setzen wir erst mal Erde rein. Erde 1. Wir machen nämlich noch mehr Erde. Speichern, exportieren. Nämlich wollen wir natürlich auch Ränder haben. Also müssen wir hier einfach mal hier ein kleines Viereck setzen und dann nehmen wir hier das Dunklere und setzen hier einfach den Rand ein. Schon haben wir ein Randteil und können hier einfach exportieren nach Erde 2. Exportieren. Jetzt machen wir einfach Bild, Transformation, Horizontal spiegeln. Schon haben wir das nächste Teil. Erde 3. Speichern. Dann machen wir natürlich hier Bild, Transformation um 90 Grad im Uhrzeigersinn drehen. Exportieren. Erde 4. Und das gleiche natürlich nochmal. Bloß halt vertikal spiegeln. Und jetzt haben wir alle vier Ecken. Und natürlich die Mitte haben wir auch. So. Jetzt nehmen wir natürlich nochmal eine neue Ebene. Machen die einfach mal aus. Und füllen diese mit Gras. Wir brauchen einen schönen Grünton. Also Vordergrundfarbe Gras ist fertig. Exportieren als Gras 1. Schreiben wir mal groß. So. Fertig. Jetzt wollen wir aber natürlich nicht nur irgendeinen Rand haben. Natürlich brauchen wir oben sinnvollerweise schon mal einen schönen kleinen Rand. Das könnt ihr natürlich auch noch wesentlich ordentlicher machen, indem ihr einfach dieselbe Randdicke wie bei der Erde nehmt. Aber das, den Aufwand mache ich mir jetzt nicht. Nein, das wollte ich nicht. Bearbeiten rückgängig. Rückgängig. So. Und jetzt speichern wir es einfach so. Ich habe das jetzt nämlich versehentlich in Gras 1 gespeichert. Also speichere ich jetzt das ursprüngliche nochmal in Gras 2. Und jetzt müssen wir dafür sorgen, dass hier das sinnvoll abgeschnitten wird. So. Das sieht ganz gut aus. SDG X. Neu. SDG V. Nach unten verankern. Und dann machen wir das hier raus. Und dann haben wir hier diesen wunderschönen Bogen. Ich muss das nochmal rückgängig machen. Ah, verdammt. Machen wir das doch nochmal so. Das ist ja ausgewählt. Theoretisch sollten wir... Na, das ist nicht ausgewählt. Das ist schade. Ach, das müssen wir nochmal neu machen. Ich wollte jetzt nämlich nochmal hier eine Umrandung sinnvollerweise reinsetzen. Auswahl ist eigentlich gar nichts, weil die schwebende Ebene ist noch hier. Ebene löschen. Und jetzt füllen wir das einfach nochmal so mit der Heldung. Sinnfarbe. Das kommt davon, wenn man schneller ist, als man eigentlich denkt. So. Und so. X. Jetzt haben wir es. Neu. Einfügen. Ach so, da habe ich jetzt trotzdem... Ach, verdammt. Machen wir es ganz anders. Wir fügen es einfach ein. Und machen es uns jetzt hier etwas schwieriger. Aber es ist halt nicht so geil. Aber es ist halt... Gerade der einfachste Weg, das zu machen. Also, nicht ganz der einfachste, aber das Beste, was mir gerade einfällt. Bearbeiten rückgängig. Das hier muss natürlich erstmal verankert werden, aber das funktioniert. Und jetzt ziehen wir hier einfach das hier so lang. Das ist nicht wunderschön, aber es reicht. Und hier müssen wir aufpassen, dass es auch ordentlich abschließt. Genauso wie hier muss das eigentlich auch ordentlich abschließen. Sonst haut das von der Randdicke her nicht hin. So, jetzt haben wir das hier als Ecke drin. Speichern das Ganze unter Gras 3. Und jetzt können wir wieder einfach Bild horizontal spiegeln. Speichern unter Gras 4. Speichern. Dann können wir das Ganze nochmal um 90 Grad drehen. Das ist vielleicht ein bisschen doof. So. Drehen und die 5 draus machen. Ihr könnt natürlich die Teils wesentlich schöner machen, als ich das gerade getan habe. Aber da ich auch nur begrenzt Zeit habe, ist das gerade jetzt so die sinnvollste Möglichkeit. Fertig. Damit haben wir jetzt erstmal einen relativ einfachen Teilboden. Wir könnten jetzt auch noch hier diese Bögen mit einfügen, die ich ja habe. Wobei, ich würde die einfach gleich mit einfügen. Das macht sich einfach am einfachsten. Neue Ebene. Und dann nehmen wir einfach hier. Wobei, wir können das auch wieder mit dem Kreis machen. Müssen wir nur ein bisschen rausgehen. Ungefähr so. Und jetzt können wir das Ganze füllen. Äh, falsche Farbe. Füllen. Und, so hätte ich es vorher schon tun sollen. Aber ich habe es nicht getan. Einfach mal ein bisschen dicker. So, das sollte gehen. Und jetzt haben wir bloß das kleine Problem. Erstens ist es zu dick. Das müssen wir nochmal rückgängig machen. So, so ist besser. Jetzt gehen wir wieder da ran. Und jetzt seht ihr schon, dass hier versehentlich mit das Ganze umrandet wurde. Das können wir aber beheben, indem wir erstmal das Tool wechseln. Einfach hier Auswahl nichts. Und dann machen wir den hier. Und nutzen einfach den Pinsel und übermalen das. Das ist nicht so schlimm. So haben wir jetzt unseren kleinen Bogen hier drin. Den speichern wir auch noch ab. Diesmal als Gras 7. So, exportieren. Und ich sehe schon, dass die Zeit langsam wieder ziemlich voranschreitet. Wir können das Ganze mal noch speichern. Desktop, äh, Time Maps. So, fertig. Und jetzt können wir das natürlich theoretisch hier einfach alles reinziehen. Dafür müssen wir das mal öffnen. So. Und das schiebe ich mal hier rüber. Und das dahin. Und jetzt brauchen wir einen Ordner. Dafür erstellen wir hier einfach mal einen Ordner. Teil Maps. So. Und dann ziehen wir einfach mal alles rein. Was da so drin ist. Das hier können wir rausnehmen. Das habe ich versehentlich mit reingezogen. Und damit haben wir schon mal den Anfang unserer Teil Maps. Und wie es dann eigentlich weitergeht, erzähle ich euch beim nächsten Mal. Denn wir können natürlich, ähm, ja, einfach jetzt die Dinger hier dann reinziehen. Und, äh, halt an das Grid anpassen. Das ist ziemlich angenehm. Ich kann euch einfach mal zeigen, wie das jetzt schon wunderschön sich da reinsetzt. Ist natürlich auch noch nicht die feine englische Art, denn es ist halt zwar an das Grid angepasst, aber es ist halt noch nicht die Art, wie wir es haben wollen. Vor allen Dingen, weil das jedes Mal hin und her switcht. Aber dafür ist dann die Tile Map da, damit wir dort was Sinnvolles draus machen können. Und ich habe gerade bemerkt, ich habe die Ecken einfach komplett vergessen. Hier habe ich Ecken gemacht, aber hier habe ich keine Ecken gemacht. Die müsste man vielleicht auch noch halt machen. Aber das kommt auch beim nächsten Mal ganz einfach. Okay. Wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bis dahin. Tschüss. Tschüss.